Hey Leute, was war das? Ich wurde grad besiegt, Leute! Jetzt hab ich 13 Tote, Leute, ich hab mich eingeloggt Ich wollte meine Aufnahme starten Und dann hab ich gesehen Ich hab mich kurz ausgelockt, weil ich hab auf iPhone und Dings gehört Gibt mir ein altes Video! Gibt mir meine Sachen wieder! Was wollt ihr, Mann? Ich wollt friedlich bauen! Was wollt ihr von mir? Bro, was machen sie da? Ey, nein, Hilfe! Was macht ihr denn? Großig! 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 Lass Timmys Leiche in Ruhe! Die haben meine Items! Lass Timmys Items in Ruhe! Die haben meine Items! Ja und? Aber wieso nimmst du dann Timmys Items? Oh, keiner! Ey! Chill! Okay! Ich hab deine Items nicht! Wo seid die? Ja, ich hab sie liegen gelassen, aber warum... Wo denn? Ja, unten! Wo ist der Rutscheid? Dann bau dich grad runter! Okay, warum tust du... Jetzt... Hör auf! Ey, geh weg! Was willst du, Albi? Du hast irgendwie Sachen geklaut! Ich wollt friedlich springen mit rechts! Geh weg! Geh doch weg! Nerv doch nicht! Hahaha! 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 Nein! Hä? 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 Was war das? Habt ihr das gesehen? Hab ich geleckt? Was war das? Das lass ich mir nicht gefallen, Leute! Wo bin ich? Hahaha! Jetzt soll ich die jetzt sehen, oder? Lukas, deine Beine werde ich jetzt kaputt machen! Dann hat alle meine Items geklaut! Das sollt ihr mir wiedergeben! Ich hab so viel Koppel, Leute! Ich glaub, jetzt ist alles weg! Nein! Ich wollt friedlich bauen, Leute! Seht ihr das? Warum sind die immer so? Warum müssen die immer so sein? Warum? Ich lass mir nix mehr gefallen, Leute! Die wollen Beef! Die kriegen Beef! Ich wollt doch einfach nur meine Base bauen! Hahaha! Hahaha! Rustig hat auch nix mehr! Oh oh! Hahaha! Jetzt ist Rustig zwei Tote! Leute! Die Items, die ich da gefarmt habe, die waren jetzt eh nicht die heftigsten! Aber dass Lukas mich da gekillt hat, dass das wird Rache geben! Das lässt es mir nicht gefallen! Hey Leute, das! Die haben mich gekillt, Blackjack! Die haben mich aus dem Nix einfach gekillt! Ich kann nichts dafür! Die haben... Lukas hat mich getötet, Blackjack! Ja, Bro, du hast dich direkt ausgelockt! Ja! Ich wollt mit der Ausnahme stecken! Ja, wo soll ich das denn? Dann sag doch, Bro! Was besiegt er mich direkt? Komm hier runter jetzt, Alfie! Komm runter hier, Alfie! Was willst du sein, Alfie? Wer bist du eigentlich? Ich will gut in den Kopf haben, Junge! Alter, das war so... Also, Alfie! Was willst du denn jetzt, Alfie? Was hab ich denn gemacht, Alter? Warum machst du da mit, Alfie? Ich dachte, wir sind Kumpels! Haha! Kein Alfie, Kumpel, Junge! Eine Fris! Wieso ist überall Stressmodul? Ey, Alfie! Ey, Alfie! Ey, Alfie! Ich hab dir nichts getan! Ey, ich wollte mein Haus bauen! Egal welches Projekt, immer endet so... Okay, Leute! Ich werd ab jetzt nur noch Stress machen, Leute! Ich wollt friedlich spielen! Ihr habt's gesehen! Alfie Stein mehr Tode als Spiele online! Hahaha! Das lass ich mir nicht gefallen, Leute! Das lass ich mir nicht gefallen! Ich brauch ne Lederrüstung! Ich hol mir jetzt einfach eine bei Lukas! Weil er hat meine geklaut! Er hat mich gekillt! Ist okay, Leute! Wenn er nämlich killt, dann muss ich darauf auch was machen, Leute! Ich kann mich ja nicht einfach ohne Konsequenzen besiegen hier im Spiel! Das ist jetzt ein taktischer Schritt! Tut mir leid, Lukas! Aber ich brauch ne neue Lederrüstung! Du hast mir ja meine weggenommen! So, jetzt hab ich genug Leder für ne Hose! So, danke! Hahaha! Guck mal, wo deine Kühe sind, Lukas! Hast du alle gekillt? Nein! Ey, Jungs! Er greift an! Er greift an! Haha! Ich hab nix gemacht, Lukas! Ich hab nur meine Lederrüstung wieder geholt! Nenn ich! Ey! Warum klaust du bei uns, Mann? Gib mir mal Leder wieder! Hahaha! Ich hab schon benutzt meine Rüstung! Weil du meine geklaut hast, Bro! Hahaha! Nein! Ab mich! Nein! Ich hab nichts hingelegt, Leute! Hahaha! 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 Ah, geil, Alter! Dürfen wir meine geile Base nicht finden? Bro, keine Ahnung! Hier, ich hab's hier looten! Ich brauch das Zeug eh nicht! Oh! Ich werd meine... Was will der denn? Ich werd mir Lukas einmal holen, Leute! Er hat noch null Tode! Ich hab mir seinen ersten Tod, Leute! Ich werd da... Dafür hab ich hier alles vorbereitet! Hä? Da taucht doch locker gleich wieder auf, warte! Ja, natürlich kommt der! Komm mal ab! Bein hab ich noch mitgenommen! Äh, äh... Ja, nimm alles raus! Ich auch nicht, Bro! Ich muss mal schnell ne Kiste voll mit Schwertern machen, Leute! Ja, Bro! Einverstanden ist aber jede YouTube-Ansel das Gleiche! Du hast angefangen, was willst du überhaupt? Hä? Wo kommst du her? Weil du Stress machst! Das Ding ist immer das Gleiche! Okay, dann komm her! Du hast ein Aggressionsproblem! Deine YouTube ist verzeuglich! Hör auf! Komm, wir reden! Wir reden! Alfie, wir reden mit dir! Wir töten dich nicht! Alfie, du wirst sterben! Jetzt wirst du tot! Ich geh nicht rein! Ja, dann lass uns reden! Bleib hier! Bleib hier! Die Tode kann ich keiner mehr toppen! Was wollt ihr? Was willst du? Okay, ganz kurz! Warum lockst du dich direkt aus, wenn du mich siehst? Ich wollte meine Aufnahme starten! Ich war nicht bereit! Achso, okay! Deswegen lockt man sich aus! Ja! Der hat die, hör auf! Warte! Ich will ihn töten! Nein, nein, nein! Er hat schon genug gelitten heute! Okay! Guck mal, warum hast du auf, äh... Bro, dann sag doch, rede doch mit uns! Ja! Ich wollte meine Aufnahme starten und übersieg mich direkt! Ja, dann sag, hey, du bist runtergefallen! Bro, du bist einfach runtergefallen! Wir wussten nicht, ob du spionierst! Wir wollten nur Timmy helfen! Hä? 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 Du hast jetzt all deine Sachen verloren! Alles weg! Meine Kisten auch! Gib meine Kisten wieder! Die sind weg, die... Die... Die Taschen! Die spawnen, wenn man besiegt wird! Die sind alle weg! Das war voll mit Cobblestone! Bro, wir haben den Loot gar nicht erst geholt! Entspannend! Wo ist der? Wir wissen nicht, wo der Loot ist! Na, hier runter kannst du! Hier unten runtertauchen! Du siehst doch, äh... Hier unten, hier unten ist dein Grabstein! Hier ist nicht mein Loot! Bei uns ist dein Grabstein! Ah, Leute! Wir haben alle meine Kisten! Alle meine Items! Zur Drache geben, Leute! Deren Gebäude werden nicht mehr stehen! Wenn die morgen online kommen, haben die keine Häuser mehr! Ich wollte einfach nur meine Base bauen! Ich wollte einfach nur meine Base bauen! Ich habe ein neues Ziel jetzt auf der YouTuber-Insel! Lukas! Die 0 auf eine 1 bringen, Leute! Von Lukas die 0 auf eine 1 bringen! Wenn wir mich jetzt verfolgen, Leute, habe ich ein Problem! Mann, ey! Ich habe so viel auch gefarmt! Auch die Sperre und alles! Ich hatte richtig viel Gravel! Wo sind meine Items? Können wir nicht einfach alle Items wegnehmen! Da unten besiegt? Weiß nicht! Nee! Eigentlich hier! Badjack! Badjack! Wo sind meine Items? Wo sind meine Items? Was für Items? Wo bist du? Die haben mir alles weggenommen! Ich habe drei Kisten voll! Die haben mich da unten besiegt! Du Opa! Ah! Alles ist weg! Ja! Was kann ich dafür? Schrei mir nicht an! Wo ist es? Schrei mir nicht an! Keine Ahnung, wo dein Kacke ist! Das weiß ich leider auch nicht! Wo sind meine Items? Ich habe nichts mehr! Hast du best gehabt, wenn du mich tötest? Ich habe dafür Stunden gefarmt! Warum tötest du mich? Weil du mit denen gechillt bist! Hä? Ich habe mit jemandem gechillt, ey! Alfie, meine Frage! Warum ist immer überall wo du bist Krieg? Weil es hat nicht gekickt! Er hat angefangen Black-Chink! Er wollte mich ärgern! Das hat er gesagt! Aha! Ja! Er hat angefangen! Ich habe nichts gemacht! Ich habe nur einen ausgebaut! Er hat mich gechillt! Ja! Okay! Und dann hast du mich gechillt! Weil ich einfach dabei war oder was? Ja! Ich dachte, du zielst mit denen! Keine Ahnung! Du Blödmann, Alter! Ich habe noch mehr Kätheck! Du bist ein Nachbar! Ich habe noch mehr Kätheck! Alfie, das Denken solltest du vielleicht jemanden überlassen, der keinen Stein ist! Kannst du mir einen Speer geben? Ich muss nach Lukas kurz besiegen! Ich habe keinen Speer, Bro! Ich habe hier verrottet das Fleisch! Ich habe fünf Speer oder so! Die haben alle weggenommen! Kuss auf! Alfie! Ich gehe dir jetzt eine Rüstung holen! Ja! Nein! Hol mir erst mal eine Rüstung! Ich muss Lukas besiegen als Rache! Solange der noch online ist! Okay! Gib mir kurz ein paar Minuten! Ich hole eine Rüstung! Wirklich? Ich bin nicht! Wer ist da besser? Ich bin nicht! Warte mal! Hey! Geh nicht auf den Plätschel rauf, Junge! Bleib bei dir! Ich greife euch nicht an! Ich wohne hier... Alte hat mich eingeladen! Ihr seid meine Kumpels! Wir sind Nachbarn, Junge! Das ist mein Haus da vorne! Ich weiß, Timmy! Oh! Wieso? Ähm! Ich sag... Ich sag, du bist sauer auf mich! Alter! Hast du doch alle Latten am Zau'n! Dann wird alles weg! Alle Items! Ich habe nichts mehr! Ich habe nichts mehr! Ich habe nichts mehr! Ich kann auch nichts dafür, dass du nichts mehr hast, ey! Außerdem sind das eh Bilo-Sachen, die du da hast, ey! Das kann man eh in zwei Sekunden wiederbekommen! Der Neue hat es in zwei Sekunden! Ich habe Stunden dafür gebraucht! Ich habe schon Flätschikotor jetzt die Sachen! Da ist das... Das ist dein Kopf da! Hier! Da! Nein, das war nicht der Richtige! Der Richtige war hier! Wo? Hier irgendwo, wo ich runtergefallen bin! Aber da ist nichts! Hast du eine Spitzhacke? Hast du eine Spitzhacke? Können wir uns da runterbauen? Schnell! Welche sind meine Items noch? Hier, hier, hier! Da unten bin ich draufgegangen! Ich glaube, wenn ich jetzt da runterfalle wegen dir, ne? Ich komme mit! Ich komme mit! Ja, und wie soll ich wieder hochkommen, du Witzbeut? Mit Blöcken! Nein! Ey! Bimmi! Bimmi! Nein! Bimmi! Das wollte ich nicht, Leute! Nein! Ich komme nicht da runter! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ey! Jetzt stecke ich ihr fest! Leute! Das war Drache geben, meine Weif! Das war Drache geben! Ich meine es ernst, Leute! Was soll das? Wirklich? Das war richtig uncool von der Weif! Dass er so direkt wieder Stress anfangen muss, obwohl nix war! Bimmi! Tut mir gerade leid! Oh nein! Was will ich mir noch holen gehen, Leute? Ich weiß nicht, ob ich heute die Rache kriege! Aber solange es noch keine Eisendier-Sachenrüstung gibt und so, ist es eigentlich ein einfacher Gegner! Ich muss ihn nur treffen! Ich habe heute schon eine Spitzhacke gehabt, Leute! Ich muss gucken, ob meine Items nach unten sind! Und Energy! Der Energy! Der Energy! Werde ich mehr Atmen, mehr Schaden, mehr Leben, mehr Deaths machen als mir selber! Ich muss doch irgendwo Cobblestone haben! Hier ist ganz viel Gravel! Nice! Ich muss eigentlich ganz viele Speere mitnehmen, Leute! Ich brauche ganz viele Speere! Damit ich gleich die Attacke auf der Weif machen kann! Solange der noch online ist, Leute! Ich muss sich beeilen! Ich muss sich beeilen! Ich brauche nicht mal Rissung dafür! Ich brauche einfach ganz viele Speere! Jetzt kann man doch viel schneller fahren, oder nicht? Guck mal! Zick! Zick! Funktioniert das nicht! Ich glaube, die Blöcke werden nur abgebaut! Ich kann schon mal zwei! Jetzt habe ich schon drei! Ich muss Lukas holen! Alles wegnehmen, Leute! Ich muss ihm alles wegnehmen! Er hat mir alles weggenommen! Dann soll er auch nochmal neu fahren gehen! Flickchick! 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 Ja? Finny! Gib ihm nicht die Sachen! Finny! Ich habe dich nicht besiegt! Ich wusste nicht, dass... Ich wusste nicht, dass alles offen ist! Wo soll ich das wissen?! Bro, Blechschick, gib mir die Sachen! Deine Items sind da noch! Deine Items sind da noch! Deine Items sind da noch! Dann nimm du meine Items! Bro, der versteckt sich hier irgendwo! Das ist... Das ist wie so eine Plage, wenn du alt die... Überhaupt nicht! exactly! Das ist... Das bringt nur Pech, wenn du den hast! Lüge! Lüge! Das ist doch nichts mehr! Hey! Ey! 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 genommen wo ist mein haus wo wohne ich wo ist mein haus dein haus ist links du idiot wo ich kann das nicht mehr ich meine sachen wieder ich hole die ja gibt meine sachen wieder ich hole die gerade vielleicht auch noch dann ist alles ok ich glaube mein grab ist hier nicht als ob meine items wirklich weg sind niemals kommt schon leute bitte ich bin doch gerade hier runter gefallen du kannst keine blöcke in dem grab zerstören nein die haben mein wo ist mein grab haben die es wirklich abgebaut ich brauche die rüstung timmy tut mir leid ich muss ja ausleihen muss doch noch jemanden besiegen timmy bro tut mir leid bro aber ich muss kurz was klären gehen ich muss sie kurz ausleihen bro ich muss sie kurz ausleihen ich muss sie kurz ausleihen ich muss sie kurz ausleihen ich werde jetzt drei rüstungen zurückholen wirst gar nichts erreichen alter und gegen gegen er weit hast du keine chance normal die chance gegen die wenn er nicht offline gehen kann der ganzen gebäude und alles von denen alles was die gebaut haben leute das war schon der schädel der ach und ich kann nicht abbauen wir haben alle meine items leute nämlich alle deren items ich werde jeden einzelnen block hier abbauen leute jeden einzelnen am ende wird hier nur noch wasser sein leute darauf könnte ich schon mal einstehen dann lasse ich jetzt mein bauprojekt erstmal liegen leute die sollen morgen online kommen und hier nix mehr sehen leute sag ich ganz ehrlich das was die getan haben ging zu weit ich wollte wirklich nur kurz meine aufnahme starten leute ich war nicht bereit Fenster zu machen wie ist das deswegen habe ich mich kurz ausgelockt weil ich habe gesehen die kommen ich habe die gehört dann haben die anscheinend gesehen wo ich mich ausgelockt habe und haben mir die falle da gebaut die haben keine ehre die haben keine ehre und deswegen habe ich jetzt auch keine ehre und deswegen habe ich jetzt auch keine ehre mehr und das reicht leute ich wollte wirklich friedlich spielen warum es muss immer sollen leute ich will meine base trotzdem bauen leute ich fand die eigentlich an sich voll cool wenn ich überall glas und so hin mache es wird bestimmt voll nice ich würde das durchziehen aber erstmal muss ich das jetzt durchziehen leute das ist mir grad wichtiger das hier alles von denen ab ist alles jeder einzelne block den hier haben ich werde alles zerstören leute meine kisten meine leder rüstung alles ist weg ihr wisst wie viel koppel ich hatte leute ich muss das jetzt alles neu fahren und anstatt die zeit jetzt ins farm rein zu stecken stecke ich die zeit hier rein leute um hier alles abzubauen leute das dauert genauso lange fragt mich nur wer von denen meine items hat leute und ich setze mir auf jeden fall das ziel ich werde lukas besiegen egal wie leute jetzt kann ich es noch und ich muss schaffen so oft wie es geht ihn zu besiegen leute er fühlt sich ein bisschen zu krass aber so krass ist ja nicht ein pvp leute ich habe seine heldenvideos geguckt hat einfach immer bessere items leute aber mehr nicht leute ich würde sagen ich mir das jetzt vorher alles abzubauen das wird jetzt eh ein bisschen dauern jetzt aber ich ziehe das durch leute ich ziehe das jetzt komplett durch deswegen mache ich glaube ich einen cut so lange aber das dauert echt lange und das glaube ich nicht so spannend geht so leute und wie sieht es aus er hätte sogar eine geheime chicken farm gehabt die habe ich ja noch gar nicht gesehen aber leute ich bin hier gerade alles am abbauen alles was ich sehe wirklich jeden einzelnen block den er platziert hat nehme ich ihm weg er hat mir alle meine items weggenommen deswegen nehme ich ihm alle blöcke weg ist mir ganz ehrlich selber schuld leute ich habe friedlich angefangen leute wie jedes projekt eigentlich immer die kam immer dazu und dann haben die irgendwas eigentlich gemacht glück ich wollte ich glaube youtube insel 1 war ich glaube ich auch am anfang friedlich oder ähm ich hoffe es auf jeden fall aber youtube insel 2 und 3 weiß ich noch ganz genau da wurde ich zuerst immer angegriffen von einem anderen aber wir sind ja fast fertig leute so hier war eben noch eine ganze insel leute das dürft ihr nicht vergessen wirst du wie lange das gedauert hat ich habe hier gerade richtig lange gebraucht leute weil ich habe hier nur steinwerkzeuge hier sind noch einmal noch alle blöcke die ganze Zeit am rumschwimmen gewesen jetzt schon etwas länger dafür gebraucht hier sind noch welche in der luft äh einfach im wasser einfach random das verstehe ich nicht was ich übersehen konnte so aber gleich sind wir komplett fertig yeah oh da ist noch ein stamm den nehme ich noch mit so Leute das hat er ganz ehrlich verdient Leute wenn ich ihn jetzt das nächste mal sehe in der Nähe oder irgendwie was dann muss ich es irgendwie schaffen ihn zu besiegen Leute das sage ich ganz ehrlich ich muss es irgendwie schaffen vielleicht platziere ich mir eine base nebenan oder so mach mir diesmal dann mehrere Sperre rein so wie ich es heute gemacht habe aber leider hatte ich die Sperre nicht mehr drin ich weiß nicht warum ich weiß nicht wieso ich die weggeworfen habe da ist auch noch mein Kopf Leute meine anderen haben die abgebaut Leute 100% weil das spawnt eigentlich immer ich glaube dir meine Items geklappt und die werde ich mir wiederholen dener Gideos auch ein Problem weil er hat da mitgewirkt Leute er hat da mitgeholfen brauche ich eigentlich irgendwas nicht lass ich einfach egal er hat da mitgeholfen und das war nicht okay das war nicht okay und deswegen gibt es jetzt Beef A Wave ich wollte an der nächste base auch finden und auch komplett abbauen bis ich ihn einmal besiegt habe so da fehlen auch ein paar Blöcke mach ich auch gleich schnell weg aber hier ist es mir gleich ich will noch gleich einmal mit dem Boot vorbeischwimmen gucken wie es dir aussieht weil eben war hier noch eine ganze Insel Leute die haben sich hier einfach auf dem Wasser gebaut und gleich ist es einfach weg komplett ich will gar nicht wissen wie lange die dafür gebraucht haben das hier alles aufzubauen ihr dürft nicht vergessen Leute das ist alles nur mit Steinwerkzeugen deswegen dauert das richtig lange das ist mir so ehrlich ganz egal Leute ich vor allem weil die meine ganzen Items haben ist mir das gerade so egal Leute die Blöcke sollen noch weiter rumschwimmen müssen hier alles was im Weg ist abbauen hier noch da noch das ist auch eigentlich gerade das Gute in meinem Haus da kann man nicht viel abbauen selbst wenn wir das abbauen ist es nicht schlimm Leute ich baue eh die Höhle die Höhle wird eher der Hauptfokus aber hier ist erstmal alles komplett weg wie krass sieht das aus Leute das sieht so aus als wäre nie was gewesen oha oha Leute das haben die verdient das war nicht gerade irgendwo noch ein Holzblock unten den ich noch vergessen habe egal ich glaube wenn ich den nicht mehr finde ist nicht schlimm aber das haben die ganz ehrlich verdient Leute das haben die verdient okay ich finde den Holzblock jetzt einfach nicht mehr okay das war es mit dem Holzblock so Leute ich bin zufrieden ich habe die ganze Baseball zerstört die ganzen Inseln das ist krass Leute so mehr als eine halbe Stunde hat es mich auf jeden Fall bis jetzt hier gedauert aber ist okay Leute diesmal spiele ich mit mehr Zeit Leute ich habe Zeit das hatte ich jetzt so viel für Blöcke Leute ich hatte hier die Steine wow jetzt habe ich noch ein Stack super ich hatte eben richtig viel ihr habt meine Meta gesehen ihr habt meine Kisten gesehen Leute jetzt diese Insel ist Eigentum von Blackjack IT und Timmy hä warum stehe ich da nicht warte mal wo ist mein Gebäude Leute oh noch da hinten okay ich dachte die hätten das jetzt abgebaut ich dachte die hätten das jetzt abgebaut Leute das war irgenlos ach man ey Leute ich wollte einfach nur friedlich spielen Leute ihr habt es gesehen ihr habt es gesehen jetzt kann ich hier auf jeden Fall schon mal weitermachen Leute ich habe hier schon ein bisschen ich war fleißig Leute ich war richtig krass am Farm Leute dann habe ich gehört Evive kommt dann sind die hier runtergekommen ich habe mich schnell ausgelockt weil ich wollte meine Aufnahme starten alles wollte alles bereit machen ich stand genau hier und bin darunter gefallen Leute ich habe hier eher zum Anfang des Videos gesehen das wird Rache geben dass ich da jetzt alles abgebaut habe ist noch nicht genug Leute das ist noch gar nichts das ist von nichts gar nichts im Vergleich zu mir oh warte mal ich bin doch gerade eh die ganze Zeit am Cobblestone Farm Leute weil ich hier die Steine abbauen muss aber trotzdem Leute das hat so lange gedauert und die Steine will ich zurück die Steine musste ich mit meinen Händen uein deswegen Leute werde ich dafür auf jeden Fall sorgen Leute ich muss meinen Plan schmieden eine Wife zu kriegen ich muss noch seine Videos gucken weil er ist eigentlich voll aktuell gerade jeden Tag ist er gerade frisch hier drauf Leute und ich sehe eigentlich was er macht und deswegen gucke ich dann wo er seine Base hinbauen wird oder so und wenn ich das sehe dann war es das für den oh Leute hier könnte ich auch direkt eine Farm hinmachen oder nicht weil voll viel Wasser ist ich könnte irgendwas anpflanzen ist perfekt das werde ich dann auf jeden Fall machen Leute aber ich bin noch richtig sauer Leute ich würde sagen ich baue jetzt hier noch ein bisschen weiter baue meine Base aus weil die wird richtig nice Leute und ich werde jetzt in Weifes folgen gucken und dann werde ich mich sehen dann werde ich mich sehen lasst mir sagen wenn euch das Video gefallen dann vergesst es wenn ihr keine Hörstung videos vom Kanal zum Beispiel schreibt man an und wobei noch ich sagen tschüss schreibt man an